Denk an was anderes. Denk an was anderes. Keine Sorge, Marinette. Das wird alles gut. Wie kann ich an etwas anderes denken? Eier? Marinette Dupont-Cheng? Monarch! Bist du dir sicher? Ja, und jetzt musst du sie nach dem Geschenk fragen. Was meinst du, was für ein Geschenk? Du musst Marinette Dupont-Cheng nach dem Geschenk fragen, das Ladybug ihr mal gegeben hat. Ein Geschenk ist... Ruhe! Du hast also ein Geschenk für mich? Oh ja, das Geschenk von Ladybug. Genau. Überleg dir, was du tust. Tut mir leid, ich hole das Geschenk sofort. Bitte. Trennt euch! Ich wollte keinen Schlüsselanhänger. Ich wollte, dass ihr mich zu der Hüte entführt. Das machen wir doch, Monarch. Ladybug ist immer vorsichtig. Wir kennen ihre Adresse nicht. Für den Fall, dass wir verloren gehen, hat sie sich eine Schnitzeljagd ausgedacht, damit wir rausfinden, wo sie wohnt. Und der erste Hinweis war, dem Geruf von Croissants zu folgen. Macht das nicht total Spaß? Weißt du, wo ich Ladybug finde? Nein, Ladybug gab mir den Schlüsselanhänger, als sie mir das Miraculous der Maus gebracht hat, damit ich ihn dem Kwami gebe. Äh, Molo, falls sie es nicht wiederkriegt, weil ich den Weg nicht finde oder zu spät komme. Ich bin so ein Tollpatsch, dass das wirklich hätte passieren können. Ich verstehe, wieso sie mir nicht ganz vertraut hat. Wie auch immer, hier, ich hab den Anhänger, aber ich weiß nicht, wer Ladybug ist oder wo sie wohnt. Hey, ich hab hier Qua... Du! Du weißt, wo Ladybug ist! Nein, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß sie, wo sie dich finden kann! Aufgepasst, Leute! Mega-Story! Live aus Marinette Dupont-Chenks Zimmer. Monarch, du hast jetzt alle Miraculous. Was denkst du unter einem Ladybug? Vielleicht verlegt sie ihr geheimes Versteck oder sie sucht nach einem Ersatz oder sie ist dir bereits auf die Schliche gekommen. Hey, das ist Zensur! 42? Was hat die Zahl zu bedeuten? Ist eine Nummer. Eine Nummer ist eine Reihe von lustigen Symbolen, die meist nutzlos ist. Außer man will notieren, wie viele Bananen man essen will. Und was ist das? Das ist der Schlüssel zu einem Schließfach. An dem Ort rutscht man wie verrückt auf einem gefrorenen Pool herum. Oh ja, die Hüterin hat uns viel davon erzählt. Sie liebt es, dort hinzugehen. Die Eisbahn. Novo, Kalki, vereint euch! Voyage! Also, was hab ich verpasst? Duah. Wie birtorf. 3 Duah. Wirklich. Wirklich. Untertitelung des ZDF, 2020